Yo Leute, euer Joe ist wieder am Start und ja, ich wollte euch einfach mal ein paar Mitteilungen machen über diesen Bot hier. Ja, ich hab diesen Bot hier halt zusammengebaut und noch ein paar andere. Und ja, ich hab von diesem Teil hier drei verschiedene Versionen hochgeladen in der Robot Factory. Ich werde euch jetzt einfach mal zeigen. Denn, ja, ich hab den in, wie schon gesagt, in drei verschiedenen Optionen hochgeladen. Hier hatten wir einmal den Ice Raider zweimal und ja, einmal nur mit Galaxy Cash, da ich da aus Versehen die Vapor Trails drangelassen habe. Den könnt ihr theoretisch für 7,5 Galaxy Cash kaufen, äh 7,5.000, Entschuldigung. Ähm, ja, dann haben wir hier nochmal den Ice Raider, aber allerdings ohne Waffen und ohne Schilde. Da hab ich allerdings hier noch in die Beschreibung ein bisschen was reingeschrieben, wo welche Schilde hingehören und ihr habt es im Video auch noch gesehen. Und dann haben wir hier noch den Lightning Strike, das ist das Ganze dann in gelb-schwarz mit Waffen und allem drum und dran, ohne Vapor Trails und ja, genau. Ähm, das wäre jetzt so gut. Ihr könnt euch das Ganze kaufen, wenn ihr wollt, den hier für 13 Millionen, das Ding hier drüben ist schon billiger, das könnt ihr euch für 3 Millionen kaufen und den hier halt dann nur mit Galaxy Cash. Ähm, ja, soweit so gut war's das erste Mal, ähm, und dann, ja, viel Spaß mit den Bots, wenn ihr euch die kauft und ja, bis zum nächsten Mal.